Das Internet ist voller Gratisartikel, Prepaid-Karten, Kreditkarten, Visitenkarten. Und heute wollen wir das Ganze mal die Doktor mal unter die Lupe nehmen. Eine Druckerei bietet 250 Visitenkarten kostenlos an. Ja, ist das ein seriöses Angebot und ist das Ganze auch zufriedenstellend? Das erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Los geht's! Dieses Video ist in Kooperation mit kostenlos.de. Viele Leute, die es nicht kennen, das ist einer der größten deutschen Gratis- und Gewinnspielportale. Hier findet ihr mal eine Übersicht zum Beispiel, wenn gerade irgendwas gratis ist, wie diese Joghurette hier oder zum Beispiel Mastercard Gold, wo ihr 70 Euro Bonus dazu bekommt. Und hier habe ich eine ganz interessante Sache gefunden. Und zwar gibt es nämlich gerade hier die Overnight Print Visitenkarten kostenlos. Und ich habe mich gefragt, funktioniert das wirklich? Wie sehen die Dinger aus? Kann man das machen? Darum habe ich gesagt, machen wir das doch direkt mal. Hier habt ihr die Möglichkeit, euch eine eigene Visitenkarte zu erstellen oder auch eine hochzuladen. Hier habt ihr eine riesen Auswahl an verschiedenen Styles. Hier zum Beispiel so eine schöne Kamera. Ich will jetzt eine mal für mich erstellen. Gucke ich mal, was gibt es denn hier Schönes. Sowas hier zum Beispiel. Das nimmt man, dann wählt man sich hier ein Design aus. Jetzt seid ihr hier in dem, die Design hat drin. Ihr könnt dann euren Namen eingeben. Dann seid ihr hier Video Creator Deal Doktor Punkt De. So, dann habt ihr hier quasi dann eure Sache. Da könnt ihr natürlich auch verschiedene andere Sachen eintragen. Es gibt ja ganz viele verschiedene Designs hier, die ihr auswählen könnt. Und dann geht man auf Design abschließen. Jetzt kann man natürlich hier noch irgendwie Sachen dazu buchen, die dann aber Geld kosten. Zum Beispiel die Rückseite ab nur 3 Euro. Nö, weiter ohne Rückseite. Dann geht ihr auf Design abschließen. So, und habt hier eine richtige 3D-Ansicht. So wird dann die Karte in etwa aussehen. Mal gucken, wie es dann möglich ist. Bin da mal sehr gespannt, sage ich jetzt einfach mal. Hier gibt es verschiedene Bestelloptionen. Man kann zum Beispiel anklicken, ob man Hochglanz haben möchte, Rückseite oder beschreibbarer Karton. Das sind dann so Special-Dinger. Dann hat man die Möglichkeit, abgerundete Ecken mit reinzubauen. Alles Mögliche. Das kostet natürlich immer ein bisschen extra. Und wir wollen natürlich jetzt hier einfach nur ganz normal das kostenlos haben. So, dann gehen wir hier auch auf Bestellung fortsetzen. Hier werden einem dann nochmal ein paar Sachen vorgeschlagen. Hochglanzbeschichtung und Mattbeschichtung. Wollen wir aber nicht. Und jetzt kann man hier noch Sachen mitbestellen. Geht aber auf Bestellung fortsetzen. Dann landen wir hier. Das würde normalerweise 15,98 Euro kosten. Jetzt aber dank dieses Deals hier kostet das insgesamt 0 Euro. Dann gebt ihr hier die Postzahlzahl an. Aktualisieren. Hier habt ihr die Lieferkosten. Die sind allerdings bei 6,99 Euro. Ansonsten ist das komplett frei. Und ihr könnt quasi, wenn ihr das ganz schnell haben wollt, könnt ihr nochmal hier 9 Werktage, 3 Tage overnight angeben. Da kostet das nochmal einiges mehr. Also wenn ihr ein bisschen Geduld habt mit 19 Werktagen. Bei mir kam es aber auf jeden Fall wesentlich früher an. Dann macht ihr das so. Gebt dann hier die Zahlungsmöglichkeiten ein und schließt das Ganze ab. So. Und jetzt sind die Dinger hier angekommen. So sieht das Ganze aus. Ich nehme jetzt mal so eine Visitenkarte hinaus. Hier, das interessant ist, hier fühlt man schon richtig so ein bisschen den Aufdruck. Also das sieht schon sehr hochwertig aus. Hier hinten haben wir dann hier diese Overnight Prints. Das ist dann hinten drauf gedruckt. Aber dafür hat man jetzt hier so eine schöne Visitenkarte. Das Papier fühlt sich hochwertig an. Hat sich das Ganze jetzt gelohnt? Die Visitenkarten sind auf jeden Fall zufriedenstellend. Muss man wirklich sagen. Allerdings ist halt hinten das Logo der Druckerei drauf. 100% kostenfrei ist es nicht. Es gibt halt Versandkosten von 6,99 Euro. Für die Qualität und der Menge der Visitenkarten ist das aber auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. Wer ein richtig schickes Design haben will, der sollte vielleicht überlegen, eigenes hochzuladen. Zwar gibt es da einige gute, aber in der großen Masse der Designs, die dort angeboten werden, sind da viele dabei, die mir persönlich nicht so gefallen haben. Ich glaube, wenn man wirklich das Nonplusultra raushauen will, fragt mal jemanden, der so ein paar Photoshop-Skills hat und da wird es dann auch ein bisschen besser. Also Leute, wenn ihr Lust habt auf diese Visitenkarten, dann guckt doch mal unten in der Videobeschreibung. Da habe ich das Ganze verlinkt und ich würde sagen, was haltet ihr von dem Angebot? Findet ihr sowas gut? Wollt ihr mehr solcher Gratistests mal sehen? Lasst es uns wissen in den Kommentaren und ich würde mal sagen, macht's gut, Leute und tschüss.